Habe die Ehre von Hintergrundunterhaltung. Ab Donnerstag, den 22. September, gibt es leider kein Factorio mehr. Dafür gibt es ein neues Let's Play. Wie man schon im Hintergrund leicht sehen kann, spiele ich dann Prison Architect. Ja, ich bin mit Factorio jetzt eigentlich dann durch. Und habe mir dann gedacht, jetzt suche ich mal ein neues Projekt und das ist jetzt mal vorerst Prison Architect geworden. Mal schauen, wie lange es dauert, weiß ich noch nicht. Und neu, dieses Mal nicht mehr 16 Uhr, sondern 13 Uhr. Schon ein bisschen früher für euch. Bis dahin, viel Spaß, Servus und für Gott.